ja moin moin herzlich willkommen bei meinem neuen live chat iron guru germany mein name ist wolfgang franke und heute geht es um ein ganz tolles interessantes thema um den alten vinci ronda den trainer der champions den wahren trainer der champions und er hat ja ganz extreme theorien trainingstheorien ernährungstheorien und auch überhaupt überhaupt verhaltenstheorien aufgestellt die den muskelaufbau fördern sollten und wie ihr sehen werdet damals müsst ihr bedenken war das natürlich extrem was neues und also er war ja gegen im prinzip gegen fast alle gängigen trainingsmethoden und gegen alle gängigen ernährungsmethoden ja und hat völlig ehrsinnige sachen aufgestellt und man hat die teilweise belächelt so ich habe heute mal 22 zusammengestellt und ihr werdet sehen das ist völlig irre also wie viele dinge sich bewahrheitet haben durch moderne forschung ihr müsst bedenken ich rede ja von vinci ronda aus einer zeit also bereits 1950 1960 70 bis in die 90er also wir haben eine zeitspanne die der mann als coach gearbeitet hat der absoluten stars und der bodybuilder der damaligen zeit also eigentlich erfolgreichste trainer seiner zeit und also diese theorien die er aufgestellt hat viele gelten heute noch einige mögen merkwürdig sein aber ich werde die im einzelnen beschreiben also herzlich willkommen und es geht dann auch gleich los so ja ich muss mal eben hier wieder mich orientieren ja wir sehen hier ein paar schöne fotos von dem vinci ronda einmal mit larry scott dem ersten mr olympia den er ja auch trainiert hat wie viele bodybuilder seiner zeit in der mitte das ist der vinci ronda in seiner besten form aber damals auch was definition anbelangt das war ja damals noch nicht so gang und gäbe man war so mehr der gut geformte aber doch mehr so massigere typ der auch bevorzugt wurde bei den meisterschaften und er war so der erste also eigentlich entspricht er dem heutigen also wenn man so will dem heutigen idealbild komplett ja so würde man gerne aussehen also wenn man nicht dazu neigt jetzt der oberbulle der wirklich der mr olympia und da ambitionen hat für diese titel und sieht oben auf der linken seite ein kleines bild mit einem mädel in der hand mit einer dame in der hand er hat ja fast alle hollywood schauspieler trainiert seinerzeit also wirklich also bis einige die heute noch leben klin ist für chair und so also keiner der nicht in seinem studio da wirklich die beste form seines lebens erreicht hat und hat für jeden das war ja seine spezialität für jeden ganz individuelle programme entwickelt und das werden wir auch gleich sehen in folge dieses beitrags also seid gespannt so ich fange mal so ein bisschen mit der geschichte an ich selber habe also bereits so in den 70er jahren von vince joronda was gehört aber eigentlich nur über die zeitschriften es gab ja nur wenige zeitschriften und ich habe mir so ein paar us zeitschriften gekauft und er war hier eigentlich gänzlich unbekannt in deutschland ja und niemand wusste dass er eigentlich der wahre trainer war und dieser joe wieder der ja die muscle und fitness flex und dann später auch die muster olympia wahl herausgegeben oder beziehungsweise veranstaltet hat er hat eigentlich diese athleten trainiert und der joe wieder war eigentlich mehr fotograf geschäftsmann und hat die athleten zu ihm geschickt und hat sie in top form gebracht ja also alle möglichen athleten ob das die menser brüder waren ob das natürlich larry scott war anders schwarzen ecker und so weiter eine ellenlange liste ich habe das auch schon mal in einem anderen chat behandelt und ich hatte halt informationen denn ich möchte natürlich auch darauf hinweisen warum ich das hier überhaupt mache für die die neu zuschalten und gar nicht wissen wer ich bin ich habe diesen winz joronda 1977 zum anlass meines ersten mr amerika aufenthalts amerika aufenthalts getroffen in seinem güm und das zeige ich euch mal ganz kurz und ich hatte eben wie gesagt schon informationen von ihm erhalten über zeitschriften zeige ich euch gleich auch noch mal welche zeitschriften das waren das besondere an winz joronda war dass er seine idole hatte und ich zeige euch hier gerade den steve reeves den ganz klassischen modellathleten ja der also wirklich ja mit bulk und muskelmasse nicht so viel zu tun hatte sondern wirklich also dieses ideal dass winz joronda auch sein leben lang verfolgte schmale hüften schmale taille v-form ja breite schultern und im gegensatz zu den heutigen bodybuildern nicht diesen irre entwickelten trapez er war meiner meinung dass dieser muskel hier oben ja er war der meinung der macht dann eher schmal und es war eben das ideal was er eben als toll empfand und so sollte man aussehen und da hat er eben versucht die leute auch hinzubringen so ja und hier haben wir zum beispiel einen ausschnitt das ist aus dem muscle mag magazin von robert kennedy der sich nachher später dann in späteren jahren sehr um winz joronda auch gekümmert hat und der eben auch diese klassische form des bodybuildings bevorzugte und jetzt zeige ich euch mal eine ausgabe ganz besondere ausgabe das ist nämlich ein deutscher athlet auf dieser kanadischen ausgabe das muscle mag und so viele magazine gab es damals auch nicht also da waren einige es gab ja kein internet es gab kein youtube es gab diese ganzen sozialen netzgeschichten nicht mit irgendwelchen youtube hipstern und es gab magazine ja und es gab das persönliche gespräch und es gab eben halt wenig informationen und die bezog man eben aus den magazinen und man man versuchte dann also dinge nach zu trainieren und ich eben auch ja und da erhörte ich auch zum ersten mal denn von der low carb ernährung und von kurzen trainingseinheiten und so weiter und so fort denn es war ja so dass man in erster linie dann in den magazinen auch hier in deutschland die sport revue die es zum beispiel gab sport journal ja da waren natürlich dann die die irren trainingsprogramme der amerikanischen athleten auch meist abgedruckt und das waren natürlich diese super volumen trainingseinheiten wo man dann also drei stunden trainiert hat und man man hat dann also nur brust gab es dann fünf sechs übungen das hat dann schon anderthalb stunden gedauert und solche trainingsprinzipien gab es eben hier halt in erster linie und ich habe dann gelesen und es hat mich dann fasziniert was der mann da alles schrieb und das war wie gesagt alles so konträr zu dem was ich bisher kannte und wusste und hier seht ihr einen ganz speziellen athleten einen deutschen athleten ein guter freund auch von mir das ist der wilfried dubbels und wilfried dubbels war mr germany junioren in münchen ich glaube in den 60er jahren und hatte eben auch diese absolut klassische form die hat er übrigens noch bis heute erlebt auf mabelja ist top in form ist übrigens beruflich apotheker gewesen mit einem studio dabei und so weiter ja und ist also gesundheitlich gut drauf da er mit sicherheit also auch den gesunden weg gegangen ist und hier seht ihr mir seht ihr noch mal den wilfried dubbels das ist ein bisschen ja ein paar jahre her auf einer fibo da haben wir uns getroffen und ich freue mich immer sehr von ihm zu hören und dass es ihm gut geht und der mann sieht heute noch absolut super aus und hat auch einige bücher rausgebracht über sein training und so weiter und so fort ja und jetzt kommen wir mal zu dem winz jironda also wie gesagt 1977 bin ich dahin gereist mit ein paar freunden haben uns da so einen dicken schlitten gemietet und dann ich so eine aqua click so eine box kennt ihr gar nicht mehr so ich hatte keine kamera ich war so ein einmal wegwerf ding da war ein film drin und dann habe ich da los geklickt und das ist hier ein original foto aus dem studio von winz jironda den sehen wir da mit der weißen hose ja er war eher ein schlanker typ er war ja nicht so ein wiese so ein bulle ja er war ja so ein schlanker typ und hier sehen wir noch mal das studio ein gängiges bild aus der zeit ja mit ihm das ihn zeigt vor seinen speziellen geräten denn auch das ist natürlich eine evolution die es damals gab also geräte wurden ja zum großen teil noch selbst gebastelt es gab nur wenige hersteller ja und besonders winz jironda ihr seht hier ganz rechts mal dieses v-förmige ding da das ist ein barren denn er hatte kein parallel waren waren sondern er hatte zum dips ausführen ganz spezielle ausführungsformen also mit oberkörper vorliegen brusttraining und so weiter also er war nicht nur was seine besonderen tipps anbelangte besonders sondern er hatte ganz bestimmte geräte auch in seinem studio und auch ganz bestimmte übungsausführungen ja die überwiegend absolut korrekt sein mussten mit voller konzentration und darauf kommen wir gleich auch noch mal zu sprechen ja so deshalb zeige ich euch mal dieses bild und das war übrigens die zeit 77 als ich in usa war und das zeigt mich hier in den umkleideräumen des winz jim des golds jim entschuldigung und leider nicht im windschirm ich habe leider dort keine fotos gemacht habe mich nicht getraut im goals war das ein bisschen lockerer und da habe ich dann diese fotos gemacht und das sind schöne erinnerungen also das war eben 1977 so sah ich da aus und jetzt geht es auch dann gleich los ich wollte euch nur einen einblick geben ja über diese ganze geschichte viele die vielleicht das erste mal zuschalten mich noch gar nicht so kennen die wissen das nicht ja was ich so gemacht habe und jetzt begrüße ich bevor es ins eingemachte geht wir kommen gleich auf die 22 tipps ja gucke ich mir mal an wer alles so dabei ist also ihr könnt gerne hier im chat schreiben ich freue mich darüber sehr ihr könnt auch fragen stellen ich beantworte dann im anschluss wie immer alle fragen und bemühe mich so gut ich kann dieses dann zu erledigen so ich begrüße den markus in tommy aus willach dann den ralf dann den chris dann den maximilian den georgius und so weiter ich kenne ja schon viele namen freut mich sehr dass ihr bei dem schönen wetter zuschaltet und ja dann könnt ihr jetzt gespannt sein denn es wird wirklich interessant heute so ich habe hier jetzt einfach mal diese tipps und diese empfehlung von vince juronda runtergeschrieben ich habe mir eine einige stichpunkte notiert und was ich gemacht habe ich habe zu jedem einzelnen punkt ja jeweils recherchiert was die heutige wissenschaft ja hergibt zu diesen themen und das darf ich euch sagen es ist völlig irre alles was der typ wirklich konträr zu vielen anderen meinungen ja in dieser zeit damals also wir reden ja von einer zeitspanne von 50 jahren und mehr ja was er von sich gegeben hat wird heute durch wirklich viele wissenschaftliche studien wirklich belegt und das fand ich absolut irre und deshalb er ist einfach der ober kreck und der oberschamp der vince juronda jetzt kommen wir mal zu dem ersten tipp ich bin ja auch auf einige dinge erst gestoßen nachdem ich mich dann schon einige zeit damit auseinander gesetzt habe mit diesen themen und auch mit vince juronda und seinen trainingsmethoden macht das ja schon ein paar jahre und werde interesse hat ihr findet ja alles hier im youtube channel circa 60 über 60 live chats die immer ein bisschen länger sind und viele dieser themen die jetzt hier dabei sind sind dort auch noch mal im detail dann behandelt so also ja sechs fotos vor dem training hatte ich vorher auch nie gehört so und wenn man aber drüber nachdenkt ja was würde das bedeuten und dann habe ich gegoogelt und habe herausgefunden okay ich sage mal also es gibt im wissenschaftlichen journal hormones und behavior wurden männer untersucht denen wurde einen film gezeigt ja ein sexfilm und hat man tatsächlich festgestellt ja dass der testosteron spiegel angestiegen ist das gleiche übrigens auch eine studie aus dem jahr 2009 also nicht alte kamellen und zwar archives of sexual behavior das hat ebenfalls das gleiche ergebnis gebracht das ding ist einfach denn man hat eben auch festgestellt dass diese erregung und dieser level an freiem testosteron nicht lange anhält das spielt ja aber auch keine rolle ich meine wenn ich das vom training mache ja ja also direkt vorm training und gehe dann rein und so muss ich mich natürlich zusammenreißen aber ich habe dann natürlich schon mal ein push für mein testosteron gegeben also wie gesagt wurde heute bestätigt mit seinen seine theorie dass man also sexfotos vor dem training ansehen sollte müsste nicht machen könnte gerne mal probieren wenn der keim darauf dabei auf die nüsse geht ganz klar ich würde da auch nicht im studio sitzen und im magazin blättern aber wie gesagt ist schon witzig dass er solche sachen empfohlen hat und dass das tatsächlich eben auch dann funktioniert natürlich gibt es tagesschwankungen des testosteron spiegels beim menschen durch äußere bedingungen jeder form die sind natürlicher form und wir haben bestimmte uhrzeiten da ist der testosteron spiegel generell höher und andere uhrzeiten da ist er niedriger das kann manchmal auch ganz individuell schwanken aber es gibt eben diese schwankungen grundsätzlich ja es nehmen natürlich andere aktivitäten auch einfluss auf den testosteron spiegel training zum beispiel ja oder eben bestimmte ernährungsformen so ja dann kommen wir mal zu dem nächsten und das ist genau eigelb zum protein shake ja und wir sind ja mal alle so bedachte möglichst fettfrei zu essen und und so weiter und so fort er sei denn man ist natürlich auf einer low carb ernährung ja da ist natürlich fett der haupt energieträger der dann also insbesondere durch die umwandlung in der keton keton phase oder ketosen phase dann in form von keton körperchen dafür sorgt dass man energie hat und das auch das gehirn funktioniert das übrigens mit keton körperchen wissenschaftlich gesehen sogar besser funktioniert wie mit zucker aber das sei mal dahingestellt also er hat gesagt der eigelb zum protein shake und keine kohlenhydrate zum protein shake da die verstoff wechselung die und die verdauung von protein und fett symbiotisch also gleichermaßen gut funktioniert kohlenhydrate aber einen ganz anderen weg gehen der verdauung und deshalb eben diese empfehlung außerdem sind natürlich im eigelb also wirklich ganz interessante und gute nährstoffe enthalten da und da auch vitamin a d e e eisen zink und so weiter und dann ist es eben auch so dass das enthaltene cholesterin ja wird ja häufig von vielen geacht geächtet und nicht wirklich bevorzugt gegessen aber cholesterin ist ein baustein des körpereigenen testosteron das darf man nicht vergessen und da war eben der meinung dass das fett das cholesterin im eigelb dazu beiträgt dass man mehr testosteron bildet denn wer noch nie hier mein chat gehört hat winzig ronda war ein absoluter gegner ja das dopings ja ein absoluter gegner von anabolen steroiden damals gab es noch nicht allzu viel also es gab ein paar mittelchen ein bisschen testosteron und die ersten das erste diabol kamen in so den 60er 50er jahren auf den markt aber es gab eben nicht viel aber er war eben gegner er fand das unnatürlich und er war eben der meinung das kann man alles mit nahrung machen das kann man alles mit training machen mit einer bestimmten ernährungsweise und damit bleibt man auch gesund und tut sich dann was gut ist so dann haben wir das nächste ich habe dann auch immer ich habe solche sachen ja auch schon gelesen und da habe ich auch mal gedacht mensch mensch ich habe ja immer getrunken während des trainings ja und das ist ja heute gang und gäbe in jedem studio rennen sie herum mit den buddeln da gibt es ja diesen diese flat rate an irgendwelchen mineralgetränken und die mineralien ganz schnell zuführen und damit man da nicht in probleme gerät und da muskelkrämpfe kriegt oder ähnliches und sowas wird ja dann programmiert wenn sie runder war eben der meinung dass trinken während des trainings kontraproduktiv ist ja und es ist also wahr dass er empfohlen hat er glaubte dass das trinken während des trainings den pumpeffekt im muskel reduziert kleinen moment ich muss meinen hund eben hier glaube ich zur rison bringen der sitzt nämlich draußen wo der tür und darf nicht rein ja entschuldigung ich habe sie des platzes verwiesen meine kleine süße so also es sieht eben so aus dass er der meinung war dass durch trinken das blut zu dünnen wird das schadet dem pumpeffekt und er meinte eben dass eben dadurch der muskelaufbau beeinträchtigt wird ja es würde zu einem abfall des blutzuckerspiegels führen und damit eben auch weniger energie zur verfügung stellen ich habe dazu im internet nicht so viel gefunden ihr müsst natürlich bedenken dass all diese prinzipien die er aufgestellt hat ja aus der praxis kamen da war ja kein wissenschaftler der da gesessen hat und hat gesagt winz nix trinken da passiert das mit blutzuckerspiegel und da passiert dies und jenes nee wir haben ja alles getestet ja und deshalb also sage ich auch es hat eben teilweise 40 50 jahre gedauert bis man dann erkannt hat bei einigen punkten oh der hatte ja doch recht wo man ihn vielleicht vorher ausgelacht hat und gesagt hat was will der denn uns erzählen deshalb also wie gesagt das ist seine theorie hier zum trinken also er hat empfohlen dass man vor dem training trinkt ja dementsprechend die mineralstoffe vor dem training schon mal auftankt ja und so weiter flüssigkeit vor dem training zu sich nimmt dem verdauungstakt ein bisschen zeit gibt das zu verdauen das getränk das geht ja relativ schnell und eben auch nach dem training ja könnte man darüber nachdenken also das ist eben eine der theorien die er aufgestellt hat finde ich aber wirklich ganz interessant und auch nicht ganz abwegig ja ich habe immer so einen trockenen mund denn also wenn ich dann nichts trinke während des trainings ja gerade wenn es ein bisschen wärmer ist dann kriegt man einen schlechten geschmack im mund und dann trinkt man mal gerne so einen schluck und so weiter naja ja ich begrüße auch alle die wieder noch zugeschaltet haben ganz herzlich also wenn ihr fragen habt immer rein damit ja aufschreiben in den chat schreiben ich sehe das dann hier und dann beantworte ich das so dann kommen wir gleich mal zum nächsten punkt ja was haben wir denn da keine musik während des trainings da geht ja wieder ein großer aufschrei durch die gemeinde ich ohne heavy metal geht ja gar nichts das ist auch wieder so eine zweischneidige geschichte ich habe dahinter noch mal in klammern handy natürlich auch nicht also das ist ja wohl ganz klar aber keine musik während des trainings er war eben der meinung dass man durch musik den fokus verliert auf seine muskulatur ja denn ich habe das in einem anderen chat auch diese visualisierung ja und dieses konzentrieren auf den muskel auf die bewegung ja die man ja auch nur eine bestimmte zeit gut leisten kann die wichtig ist um den optimalen erfolg zu erzielen und auch das ist ja inzwischen wissenschaftlich belegt dass es tatsächlich durch geistiges training funktioniert ein muskel auch zu einem teil zu erhalten oder zu trainieren wer das nicht glaubt soll sich meinen chat anschauen zu diesem thema insofern also wie gesagt ich höre eigentlich manchmal ganz gerne musik ja dann habe ich gute laune oder es sind sind sachen die einen so irgendwie so innerlich positiv stimmen auf der anderen seite trainiere ich auch sehr viel ohne musik ich kann mich dann einfach besser tatsächlich besser konzentrieren ja auf meine übung auf meinen körper auf meine muskulatur deshalb seine empfehlung dem entsprechend ja und da gibt es glaube ich nichts mehr weiter ich muss immer meine zettel mal kontrollieren ja ich habe das ja nicht alles dann auswendig gelernt sondern ich muss dann noch mal schauen ob ich irgendwas vergessen nein also er ist eben der meinung es verbessert nicht die qualität des trainings sondern ganz im gegenteil es lenkt eben ab ja wie alle dinge die ablenken quatschen mit dem trainingspartner ja zwischendurch mal eben ja irgendein schwätzchen führen über was hat oma für einen kuchen gebacken und was weiß ich ja oder die freundin hat eine neue haarfarbe also all diese dinge gehören nicht zu einem training und bedenkt bitte ja es ist ja so hier ist ja ein meister damit meine ich nicht und meine ich bin es für ronda und dieser mann hatte die aufgabe und das sah auch so menschen in eine maximale form zu bringen in einer maximal kurzen zeit und dazu gehörten eben all diese dinge und hat eben gesagt all dieser schnickschnack das hat da nichts zu suchen ihr müsst euch konzentrieren auf euer training und das training soll auch nicht drei stunden dauern nein 30 minuten 45 minuten aber diese zeit nicht quatschen musik hören wassersaufen und so weiter und so fort und denkt mal drüber nach das ist natürlich wir lenken uns ja alle gerne ab mit dingen ja aber training ist eben und wer das nicht ganz so ernst nimmt das training und einfach sagt jo mache ich halt so und mir macht das spaß und bisschen training musik ist ja auch in ordnung dann kann ich aber nicht das optimum erwarten darum geht es also wer optimale ergebnisse erzielen will der muss auch optimal dementsprechend sich ernähren dementsprechend trainieren und dementsprechend die erholungsphasen planen ganz simpel ja und andere planen dann noch den optimalen anabolika zyklus dazu ja und dann geht es natürlich wieder in eine ganz andere richtung ja so die wir hier nicht besprechen wollen und die ich auch nicht befürworte so dann kommen wir mal zu bestimmten übungen er war ja ein gegner von rein tiefen kniebeugen die hat er übrigens trotzdem einigen leuten gegeben es ist nur so dass er gesagt hat um dieses ideal zu erreichen dass ich euch vorhin gezeigt hat diesen steve reeves körper diese schmale teile schmalen hüften ja sind eben tiefe kniebeugen auf dauer nicht das beste beintraining weil es einfach die hüften breiter macht ja die hüften muskulatur verbreitert die seitlichen bauchmuskulen verbreitert ja und das schadet eben dieser symmetrie und darauf gab es ja bei ihm ganz darauf liegt er ganz großen wert und da möchte ich nochmal an diese vakuum pose erinnern die inzwischen ja sogar wieder von einigen bodybuilding verbänden abgerufen wird ja die gab es ja gar nicht mehr weil ja die bäuche dementsprechend durch wachstumshormone so groß geworden waren dass da nichts mit vakuum pose war diese vakuum pose habe ich einen chat auch drüber gemacht ist ein ausgezeichnetes mittel um kontrolle über seinen brustkopf zu erzielen und auch eine gute massage für die für die inneren organe und so weiter für die atmung ja runter zu kommen sich zu entspannen und so weiter also wie gesagt das sind alles dinge die er wo er wird drauf gelegt hat und nicht einfach nur rein ins studio heute mache ich mal 30 sätze und gibt mir mal ein bisschen eisen und hoch sondern das war eben etwas geplant und geplant ist und da hat er eben viele viele dinge mit beachtet so also wie gesagt er hat natürlich andere übungen dann bevorzugt für die beine ja unter anderem natürlich schon kniebeugen aber dann waren es die sissy squat geschichten ja besondere ausführungen davon wer das noch nicht kennt kann sich gerne noch mal hier im chat informieren darüber oder mich anschreiben dann schreibe ich ihm gerne dazu was was das ist dann natürlich die hackenschmidt kniebeuge ja front kniebeuge beinstrecken beinbeuger das waren alles übungen die er dann eben auch für die oberschenkelmuskulatur empfohlen hat kniebeuge und eben auch dieses absolut schwere beinpressen ja was ich zum teil auch gemacht habe und mir damit die hüften im arsch gemacht habe weil man da 800 kilo genommen hat und wie ein geisteskranker dann trainiert hat fehler gemacht und macht diese fehler nicht ist nicht nötig also wer eine super geile hackenschmidt kniebeuge macht und dementsprechend sich mit den gewichten hoch arbeitet dort stark wird der kriegt auch gewaltige oberschenkel beinstrecken also wer darauf achten möchte dass seine talge nicht zu breit wird die hüften nicht zu breit wird der macht eben keine tiefen kniebeugen ja für viele ist es ja eine grundübung das weiß ich und das hat eben auch etwas mit kraft dann zu tun mit krafttraining kraft dreikampf das ist eine ganz andere geschichte denn wir reden ja über winz schironda und wenn sich die ronda waren trainer für bodybuilder und nicht für kraft dreikämpfer ja das ist eben der unterschied deshalb ich habe ja nichts ich habe die übungen selbst gemacht in meinem leben alle selbst kraft dreikampf gemacht aber es ist eben eine andere liga so ja dann kommen wir mal zum perfekten curl da habe ich auch nachher noch eine abbildung von da gibt es diverse ausführungen beim perfekten curl von winz schironda mit übrigens auch einer ganz bestimmten stellung der hände ja und so hat er bestimmte übungen eben perfektioniert um zum beispiel den druck aus der schulter zu nehmen und mehr druck in den muskel zu setzen den man trainieren wollte heute ist das ein bisschen anders es gab natürlich diese ganzen maschinen noch nicht jemand heute hat da gibt es ja allein für den kleinen bizep muskel der im verhältnis ein recht kleiner muskel ist ja zum gesamt körper gibt es ja schon in jedem studio drei vier geräte die ihn aus jedem winkel ob jetzt so oder so oder so oder so irgendwie trainieren und das ist natürlich einfacher da macht man kaum was verkehrt ja wenn man sich gut positioniert und vernünftig sitzt und den drehpunkt beachtet der gelenke aber damals gab es diese maschinen nicht wenn sich ronda war ja ein erfinder zusammen mit larry scott der scott bank und also winz schironda hat die scott bank erfunden hat die gebauen lassen für sein studio und diese scott bank bekam dann ihren namen durch den ersten mister olympia larry scott ja und so hat er immer übungsausführungen gesucht die möglichst den muskel isolieren und möglichst eine optimale optische entwicklung auch bringen so ja bank drücken das ist natürlich auch wieder so ein ding das sind ja eigentlich alles so heilige grals ich kann mich daran erinnern wenn man zur damaligen zeit ich rede jetzt von den 70er 80er jahren auch heute noch kniebeuge bank drücken ja ganz normal ausgeführt ist ja fast in jedem programm drin auch heute noch ja und sind natürlich auch grundübungen verstehe ich auch und ich habe die auch tausendfach gemacht ganz klar aber was ich damals nicht verstanden habe und das mir heute viel klarer ist da muss ich will ich 72 jahre alt werden verdammt noch mal ja es ging ihm um bodybuilding und da müsst ihr wirklich unterscheiden ja da ist das gewicht zweitrangig das ego was drücke ich da ist zweitrangig ja das ist toll wenn ich ja kreuzheben noch eine platte hoch und so weiter alles schön fürs ego und ist auch für die kraft gut wahrscheinlich ja eine zeit lang bis die ja die wirbelsäule dann irgendwann im arsch ist aber hier geht es um bodybuilding ja und körperformen gut aussehen und gesund bleiben dass die muskeln wachsen gute form kriegen und die gelenke heil bleiben das ist die geschichte und das ist eben unterschied so bankdrücken ja er hat eine ausführung des bankdrückens die er empfohlen hat das heißt ganz breiter griff ja die langkantelstange zum hals führen die ellbogen beziehungsweise die arme im rechten winkel zum körper meist die beine hoch über kreuz ja auf der auf der bank also liegend in der form und habe ich auch schon mal bilder gezeigt also ich habe jetzt nicht zu jeder geschichte noch ein bild raus gesucht aber das ist eben seine geschichte und die hauptübung für die brustmuskulatur von der er absolut begeistert war und die er als grundübung ansah waren eben die die ronda dips und da habe ich euch eben diesen v-förmigen barren gezeigt und da werden nämlich teilweise die hände so eingedreht so man drückt also so quasi so und nicht also nicht so man drückt sozusagen in dieser form und unter anderem außerdem macht man den rücken rund kinn auf die brust und wenn er das einmal macht ja und dann nicht einfach nur gerade drückt dann merkt ihr mit einmal wie der gesamte druck in die brustmuskel marschiert und das ist eben seine übung wo er sagt damit entwickelt man die brust optimal und gesamt so natürlich fliegende bewegung für die brust ja auch schrägbank fliege all das war natürlich bei ihm im programm aber eben dieses ganz herkömmliche power lifting benchpress ja eben nicht denn es ging ja nicht um maximalkraft es ging nicht um die entwicklung der maximalkraft was drücke ich da was darf ich da was kann ich da sondern es ging rein um die muskulatur ja und ich habe das schon einmal in einem anderen chat erzählt ich hatte einen trainingspartner lucien das war einer von den antillen war ein farbiger super body der mann super netter kerl und der bei serge nubry damals trainiert und kam dann nach hamburg und ich habe mit ihm einige trainingsheiten immer trainiert und da war es wirklich so der hat diese übung auch so gemacht und ich war einmal was schaffe ich und füße auf dem boden hohe kreuz und hoch die die gewichte und der lag da ja mit 90 kilo dafür sah seine brust 10 mal besser aus wie meine ganz simpel gut weitermachen wir so ja dann kommen wir natürlich zu den zu den ernährungs geschichten reduktion der kohlehydrat zufuhr ist ja heute ein alter hut könnt ihr sagen aber damals ja nicht ja das ist wir reden hier über eine zeit ja da wurde kaum wieder ketose gesprochen low carb ernährung zucker ersatz ja das kannte kaum jemand ja da gab es so von dr edging so ein buch ich habe ja auch vor kurzem einen chat gemacht über diese low carb formen und low carb ernährung und auch die historie also da war er für bodybuilder schon seiner zeit weit voraus er empfahl eben die reduktion von kohlehydrate und war eben der meinung dass man damit die beste definition erreichen konnte dass man das fett am besten abbauen konnte und er machte das ja in zyklen das heißt er es gab diese ganz typische steg und egg diät diese hardcore diät wo man wirklich nur steg eier und salat gegessen hat und hat man alle drei tage hat man dann eine mahlzeit spaghetti gegessen um kohlehydrate wieder aufzuladen und so weiter so ja und jetzt kommen wir mal zu den rohen rinderhoden also unzweifelhaft enthalten also rohe rinderhoden übrigens testosteron inwieweit der mensch das wirklich dann auch verstoffwechseln kann und es tatsächlich aufnehmen kann lasse ich mal dahin gestellt da gibt es auch nicht wirklich so studien darüber es steht überall nur ja da ist testosteron enthalten und das kann den körpereigenen testosteronspiegel auch erhöhen und so weiter das ist das was ich gefunden habe allerdings ist es so vince ronda war sowieso ein verfechter der rohkost also alles was man das ist was möglich war ist roh zu essen und dazu gehörte auch beef tartar ja und solche dinge fisch tartar da muss man natürlich darauf achten dass das zeug frisch ist ist ja ganz klar da kann ich nicht eine woche warten und das dann durchjubeln und dann essen also vielleicht nur mal am rande aber diese dinge bevorzugte er eh und er war eben der meinung dass diese nicht verarbeiteten lebensmittel ja und noch nicht gekochten gebratenen gegrillten lebensmittel mehr nährstoffe enthalten würden wie eben die zubereiteten lebensmittel und das übrigens traf das auch auf gemüse zu auf salate zu empfahl also sehr viel diese rohkost und damit war er auch eigentlich seiner zeit weit voraus ja es ist natürlich ein problem teilweise heutzutage also man muss nicht nur heutzutage sondern generell man muss natürlich immer schauen dass man eine optimale qualität findet also wenn man sich jetzt sein beef tartar selber macht das selbst durchdreht oder man muss schlachter seines vertrauens haben sonst hat man drei tage dünnpfiff und mehr aber das war es eben was er empfahl und er empfahl ja zum teil auch sahne und so weiter empfahl also eier am besten befruchtete eier zum beispiel also es ging alles bei ihm in diese richtung alles was die muskelaufbau förderlich war das empfahl er dementsprechend auch möglichst bei den bei den natürlichen dingen bleiben seid damit nur vorsichtig ich komme nach hier auch noch mal zu diesem 36 eggnup shake ja den er auch kreiert hat und worauf man da achten muss gibt es auch ein extra chat drüber aber da müsst ihr mal ganz vorsichtig sein ein paar dinge beachten aber wie gesagt hoher hindrinnen hinter rinder hohen oder auch beef hack und so weiter haben durchaus einen hohen nährwert und sind auch dann unter umständen besser verdaubar wie bereits starke bratenes oder gekochtes oder wie auch immer ja fleisch oder fisch das ist ebenso und rinder hohen ja wie gesagt auch testosteron das ist natürlich auch wieder so eine geschichte finde ich immer ganz lustig er war natürlich ein gegner von steroiden wobei also die steroide natürlich auch ein chemisches produkt sind was anderes ist natürlich schon dann körpereigenes testosteron beziehungsweise das testosteron was man heute vom arzt verschrieben bekommt wenn man zum beispiel in die midlife crisis kommt und der testosteron spiegel im keller sinkt dann kann es sein dass der arzt sagt ja wir müssen da mal auffrischen und da gibt es so gels und dann gibt es so spritzen die dienen natürlich nicht zum doping sondern die dienen nur dazu dass man den die optimalen funktionen erhält und ich rate dann immer wer darüber nachdenkt und wer mit dem gedankenspiel geht zum arzt ja macht einen check vernünftig und besprecht das mit dem arzt und haut euch nicht irgendwie sinn befreit irgendwas rein von irgendeinem dealer an der ecke wo ihr nicht wisst was da eigentlich drin ja stimmt das überhaupt was drauf steht ist das verunreinigt oder nicht verunreinigt und so weiter ja also ich spreche mich gar nicht komplett jetzt aus gegen die einnahme von testosteron zum beispiel auch im alter aber dieses sinn befreite doping das zu immer mehr todesfällen auch von immer jüngeren bodybuildern führt wo man dann immer sich ereifert im internet nein da kommt das nicht her der hat ganz andere probleme gehabt und wenn ich das immer schon lese also das mag ja zu zutreffen aber es ist schon merkwürdig dass in letzter zeit vermehrt gerade diese absoluten cracks ja die spitzen cracks die auch ordentlich zu lang dass die also das zeitliche sehr früh segnen ist schon bedenklich ne und die nebenwirkungen von diesen geschichten sind ja bekannt da kann man also habe ich auch schon zettel schätzt drüber gemacht also seid da einfach ein bisschen sinnig und wie gesagt man hat dann aber als oldschool bodybuilder wie man es heute bezeichnet haben die drüber nachgedacht wie kann ich meine leistung noch fördern wie kann es trotzdem noch natürlich über nahrung gehen und deshalb war eben dieser rinderhoden als tatar ja als rohes produkt das ein mittel das man dann genommen und empfohlen hat so dann kommen wir mal zu dem nächsten das ist ja auch wieder so eine geschichte soja produkte also ganz einfach weiß man heute auch dass soja produkte eine östrogen ähnliche wirkung entfalten können und zwar enthalten sie ja isoflavone und diese isoflavone die begünstigen also östrogen im körper und er hat das früher erkannt und hat gesagt also kein soja eiweiß futtern keine soja produkte keine soja bohnen und so weiter das würde für ein bodybuilder eben nicht hilfreich sein ganz simpel und heute weiß man das ja auch es wird ja zum teil sogar frauen empfohlen dann die dann gerade so in den wechseljahren sind und wo der oder erst so gen level sinkt dann eben auch bestimmte soja produkte zurückzugreifen oder eben produkte dieses die dieses isoflavone enthalten ja also recht gehabt hat er damit auf jeden fall so dann haben wir das nächste kein übermäßiges ausdauertraining das ist ja auch so eine sache ich habe extra geschrieben übermäßiges ja ich habe ganz lustigerweise vorhin noch mal so ein bisschen gezappt und so und ich schaue mir auch dann einiges an und ich bin ja ein bisschen aktiver jetzt gerade gerade auf instagram geworden weil immer wieder angesprochen wurde was ist du denn so was machst du denn so wie trainierst du denn so ich habe mich am anfang dieser ganzen geschichte mit vince ronda und dem iron guru gar nicht so den mittelpunkt gesehen aber anscheinend interessiert das viele und wie ich das mit 72 so manage und deshalb mache ich das jetzt vermehrt so und jetzt geht es eben um dieses übermäßige ausdauertraining auch und ein training sowie von vince ronda empfohlen ja auch darüber gibt es ja auch schon ein chat von mir speziell über dieses thema wer das genauer noch mal wissen möchte das ist natürlich schon also eine trainingseinheit 45 minuten wenn ich da sechs oder sieben übungen 8x8 mit 15 sekunden pause ja das ist natürlich schon eine ein fast ein intervall training da ist die herzrate hoch da ballert das und so weiter also insofern hat er gesagt nee dass das übermäßige ausdauertraining und damit meint er ebenso diese cardio einheiten wo die leute dann im studio und der schweiß läuft bis zum geht nicht mehr und die birne ist rot und die treten da bis die geisteskrank in die pedale und der puls ist bei 180 und so weiter und so fort das ist natürlich toll unter umständen für die kondition aber für den muskelaufbau kann es eher kontraproduktiv sein weil es eben er abbaut und das hat er eben so eben auch dann programmiert hat gesagt nee also und wir reden über übermäßiges ausdauertraining reden nicht mal von zehn minuten auf dem fahrrad ein bisschen fahren ja blutpumpen reinpumpen oder mal so einen kleinen waldlauf ja ich habe gerade so ein chef das wollte ich noch sagen gesehen von arnold schwarzenegger und der sagt wurde auch gefragt nach ausdauertraining und so weiter da gesagt ja mensch wir sind so viel gelaufen damals also wir wir hatten unser appartement da in venice und dann habe ich mich mit meinem trainingspartner getroffen oder meinen trainingspartnern haben uns irgendwo verabredet getroffen ja unter anderem ja auch francesco colombo sein geliebter freund und dann sind die gelaufen das sagt ja das war aber nun mal nach dem training nach dem gewichtstraining sind wir am strand gelaufen da sind wir nicht gegangen sind wir haben gesagt machen wir eine kleine jogging einheit und joggen mal locker zum strand und rein ins wasser natürlich super geil da wenn man da mal war wenn es trainieren am strand super strand und dann kannst du gleich ins wasser springen dann legst du dich auf die matte da gebräunt und so die haben natürlich ein geiles leben gehabt muss ich wirklich sagen ich habe das ja selbst gesehen 1977 habe selbst an diesem strand gelegen ich habe selbst mit dem gueltskump trainiert und so weiter und mädels überall und was weiß ich also es war wirklich so ich hatte eine ganz gute figur wurde von mädels angesprochen am strand von den amerikanerinnen die haben mich nach zu hause eingeladen also ich musste gar nichts sagen mein englisch war damals noch nicht so perfekt und es war einfach geil und da hat ist dann eben auch so ein schwarzenegger groß geworden noch andere ja die haben natürlich da gelebt und so wieder hat die dann unter vertrag gehabt dann haben die ein kleines appartement gehabt so ich weiche ein bisschen auf ab aber wie gesagt es geht um übermäßiges ausdauertraining geht nicht darum bisschen fahrrad fahren ich fahre jeden tag fast jeden tag mit meinem hund so eine halbe stunde halten wir mal an dann schnüffel darum schnüffel die kleine rum dann fahr ich wieder dann geht es mal bergab dann muss ich bergauf dann muss ich ein bisschen mehr treten und so weiter das ist ja kein cardio ja da komme ich auch mal ins schwitzen bisschen und so weiter und das strengt auch mal an aber das ist kein übermäßiges cardio training leute das ist also locker flockiges ausdauer oder fun training so muss man das sehen alles was man übermäßig macht also wo man wirklich verbrennt und verbrennt puls hoch wie gesagt verbrennt muskulatur so dann haben wir das maximum stimulation training ja maximum stimulation training nannte Vince Gironda sein training der kurzen einheiten er hat trainingseinheiten von teilweise nur 20 minuten empfohlen ja 45 minuten war das maximum der trainingseinheiten sein prinzip war nicht mit möglichst dem höchsten gewicht unsauber trainieren sondern mit dem möglichst besten gewicht zu trainieren dass man mit kurzen pausen schaffen konnte mit 15 sekunden pause zwischen den sätzen ja es war also eine art volumen training die er gemacht hat in erster linie es hat er hat aber auch 50 andere trainings prinzipien entwickelt aber der haupttenor ging immer in die richtung kurzes training ja und das ganze ich habe die menser brüder selbst bei ihm ja im winz gym mit ihrem hit training gesehen und so weiter mike menser ray menser ich habe auch noch fotos davon habe ich auch schon mal gezeigt also ich habe das ja auch live gesehen und das widersprach überhaupt gar nicht seinem training von vince Gironda er hat nur eben gesagt um die beste form zu kriegen ja da müsst ihr eben mehr volumen trainieren dann müsst ihr isoliertere übungen trainieren ja um muskelmasse aufzubauen müsst ihr weniger sätze trainieren ja mit etwas höheren gewichten etwas niedrigeren wiederholungen fünf mal fünf sechs mal sechs sogar 15 mal vier ja also da gab es verschiedene systeme aber es zielte immer darauf ab möglichst kurze einheiten ja und ansonsten war sense war ruhe war essen erholen angesagt denn in der zeit wächst der muskel in der zeit wird man stärker und so weiter und ich als ich zu ihm kam ich habe das gelesen in den magazinen und man war ja man hat ja viel gelesen so ja ich habe sehr viel gelesen und widersprüchliche sachen gelesen und mir wurde das erst klar als ich dann in usa war und dann gesehen habe auch im goldschirm wie teilweise die athleten da trainiert haben und ich rede von den weltklasse athleten damals die an wirklich ganz oben waren ja mister universe waren und so weiter also sie haben gewichte benutzt teilweise da habe ich gedacht ich bin hier im falschen film aber eben ganz konzentriert ja ein zum beispiel ein serge nubry hat niemals richtig schwer trainiert richtig schwer meine ich damit ja ich weiß der hat zum beispiel kniebeugen gemacht ja teilweise 20 30 40 50 wiederholungen ja und er hatte kein interesse daran diese breiten hüften zu kriegen und dann schwere kniebeugen zu machen und das ist eben der punkt also unterscheidet bitte immer bodybuilding bodybuilding ja und krafttraining das sind zwei ganz verschiedene geschichten und wer zum beispiel einen anderen sport betreibt wer also kraft braucht allgemeine konditionen braucht für fußball handball schwimmen für den sind natürlich diese grundübungen durchaus geeignet ja und mit grundübungen zu beginn mit einem bestimmten gewicht mit einem bestimmten prinzipsystem dann langsam das gewicht erhöhen dass man stärker wird und so weiter geht es ja nicht um muskelaufbau sondern dann geht es wieder um maximalkraft und auch ausdauerkraft kraft ausdauer so und das kann ich natürlich mit grundübungen machen das ist ein ganz anderes training und wir reden aber immer wenn wir bei vinci ronda reden über bodybuilding ich habe das damals nicht kapiert dann hätte ich also mir viel erspart wenn ich das frühzeitig erkannt hätte ja meine ganzen abrisse und meine bandscheibenvorfälle und diesen ganzen mist den ich heute habe hätte ich mir alles sparen können zumindest das wenn ich damals das kapiert hätte ja wo die reise eigentlich hingeht wenn man bodybuilding machen will ja darum geht es und natürlich gibt es starke bodybuilder weiß ich auch ich begrüße übrigens die nächsten nochmal ja den christ normal und den oliver und natural body power und so weiter also ganz herzlich freue mich sehr dass ihr zugeschaltet habt und wenn ihr fragen habt nur zu ich sehe schon einige haben was geschrieben ich beantworte das dann gleich so also das geht hier um das maximum stimulation training es geht um die maximale muskelstimulation in kürzester zeit darum geht es ja den besten erfolg zu haben denn umso kürzer ich trainiere und das stimmt natürlich dann auch überein mit dem hit training mit mike menser und heavy duty und all diesen geschichten ja training ist fokus ja das ist ein anderes system aber im prinzip der gleiche weg wenn ihr so wollt ja kurze intensive einheiten und der rest ist pause erholen essen und so weiter relaxen so ja das ich sage das nur mal heute ist das ja auch vieles so klar damals war er mit diesen auffassungen aber stand er teilweise ganz alleine obwohl er die ganzen größen des bodybuildings trainiert hat denn an und schwarzenegger kam als klops nach amerika wurde von frank 10 noch nicht mal in der besten verfassung damals der frank 10 geschlagen weil er einfach eine bessere muskelform hatte einfach harmonische aussah und arnold konnte es überhaupt gar nicht begreifen war fassungslos war am boden zerstört sei ich bin noch der größte und jetzt was ist denn da kommt einer mit 85 kilo und gewinnt den pot wird der mr universe der efbb und ich stehe hier ja und war völlig down und dann hat er einen vertrag gekriegt bei joe wieder der natürlich ihn damals eingeladen hatte und ihm dann ein appartement besorgt hat er gesagt bleib mal hier und ich bezahle dich du kriegst ein bisschen handgeld du kannst deine kurse verkaufen und so weiter und so weiter und der rest ist ja bekannt und er hat dann natürlich losgelegt arnold und hat natürlich dieses super super volumen training gemacht wo viele dran wirklich verzweifelt sind ich auch damals und das stand eben im gegensatz zu dem training von winchironda nur als er nach winchironda ins studio kam wenn ihr wenn man genau sieht wie er vorher trainiert hat welche übung er gemacht hat ja und was er dann gemacht hat was auch dann in den magazinen gezeigt wurde da sieht man ganz eindeutig die hand von winchironda der handel war ja ein halbes jahr ungefähr bei ihm und immer mal wieder auch ja war nicht so dass die dann feinde waren winchironda hat dann nachher mehr mit anderen magazinen gearbeitet iron man und eben muscle mag mit dem robert camenely aber die waren ja trotzdem die trafen sich und man wusste was der typ drauf hatte und so weiter ja der war respektiert dann brachte immer wieder top leute raus also wenn arnold ist dann seinen eigenen weg gegangen aber hat da eben viel gelernt so gut also jetzt kommen wir mal hier zu dem nächsten verwendung von cuisine was ist denn cuisine überhaupt müsst ihr euch vorstellen der mann hat in den 50er jahren den leuten empfohlen kein cuisine zu verwenden also cuisine zu verwenden und cuisine ist ein gelber blütenfarbstoff ja und dieser blütenfarbstoff bewirkt im körper eine reduzierung des körpereigenen östrogens und damit eine erhöhung des körpereigenen testosterons es wird also auch nicht so viel körpereigenes testosteron in östrogen umgewandelt und das war zu damaliger zeit auch so eine gewagte these ja wie vieles von winchironda nur heute ich habe also fünf sechs berichte gesehen die auch sich auf studien beziehen wo das tatsächlich auch belegt ist ja ich wir haben also kein cuisine produkt im angebot aber wie gesagt das ist ein interessantes ding ich werde mich da mal umschauen vielleicht nehmen wir das mit rein und wie gesagt in der recherche dieser ganzen punkte von winchironda ich habe ich recherchiere ja nicht nur bei google sondern ich rufe dann leute an wie den pet henry der zehn jahre manager war im winstrim und ähnliche leute und erkundige mich noch mal ob sie noch was genaues wissen und mir noch mal tipps geben können und so kommt dann immer eins zum anderen und dann erfahre ich auch noch mal dinge die ich vorher noch nicht wusste und deshalb also das ist ein durchaus interessantes ding und wird sogar teilweise als testosteron booster beworben was natürlich dann schon ein bisschen übertrieben ist wieder ja es ist lediglich so dass dieses cuisine eben halt das ist so gehen das körpereigene östrogen bisschen im schach hält so dann kommen wir mal zu dem nächsten und zwar ja das ist ja die null kohlenhydrat diät also null kohlenhydrat also die komplette ketose klar leben von keton körperchen maximaler muskelaufbau und maximale fettverbrennung das entspricht so diesen hardcore diäten von winchironda die er tatsächlich auch mit den top body bildern gemacht hat ich habe also auch ein chat gemacht zu mua mit makabi ich zeige später auch noch mal da ein bild von dem mann und den hat er ja ganz weg von den steroiden gesetzten zeit und er hat 72 befruchtete eier am tag gegessen eigentlich mehr getrunken und wie man das macht erzähle ich am ende über den ecknatt erfahrt ihr dann noch mal mehr wer das nicht genau weiß wie das geht also ist schon der hammer und deshalb also diese null kohlenhydrat diät war damals eben für bodybuilder auch noch nicht so angesagt sondern die fraßen alle wie scheunendrescher und viele waren eben mehr auf dem massetrip und da kam ja auch die steroide und diese geschichten und da musste man dann auch nicht mehr so genau hingucken und dann wurden also dann wurde altyroxid geschluckt schilddrüsenhormon dies hormon das hormon und all diese chemie die dann kam ja so in den 60ern ging es los 70er vermehrt 80er sowieso ja noch daran erinnern als wir das powerhouse hatten in hamburg parallel zum kiez da kam der erste pole rhein mit dem systernol diesen hardcore testosteron um wo man also dann das nur angucken brauchte und dann gleich also bitch tits bekam also gynäkomastie entwickelte wachstum wie wie brustdrüsen der brustdrüsen und so weiter also da kam all dieser mist und dann wenn man natürlich für jeden mist für jede für jeden teil irgend so eine chemie hat dann kümmert man sich nicht mehr drum um christine oder um so eine wirklich komplette diät ja klar machen die auch diät die bodybuilder aber durch diese wenn ich das manchmal lese sind ja auch so schätzt dann fressen die dann tagelang nur hamburger das geht nur wenn man sich mit wachstumshormonen voll ballert oder anderen geschichten dass der körper da nicht fett wird wie sau also es ist so und das war eben das besondere bei vince joranda hier ging es um die feinheiten hier ging es um das natürliche hier ging es um gesundheit und wer das will dem schaden diese ratschläge von vince joranda wirklich nichts oder nicht so wir machen weiter keine früchte das ist ja auch wieder so ein ding früchte sind gesund vitamin c und so weiter und fort nein es geht um den fruchtzucker und das hat übrigens nicht nur was zu tun mit einer low carb ernährung es sind ja bestimmte früchte sind ja low carb also insbesondere beeren ja erdbeeren blaubeeren und so weiter die kann man durchaus essen allerdings der enthaltene fruchtzucker in früchten dann vielleicht noch als saft ja als konzentrat getrunken enthält eben diesen speziellen einfach zucker jetzt müsst ihr euch vorstellen weißer zucker ist sogar schon mehr der bekannte rübenzucker den wir haben das ist sogar schon ein oligo zucker das ist also schon ein mehrfach zucker und ein fruchtzucker das ist ein monozucker und darf ich euch übrigens sagen fruchtzucker ist also der hauptspender ja wenn ihr also wollt wenn ihr irgendwie zu krebs neigt ja davon ernährt sich die krebszelle am liebsten da habe ich Bock drauf so das ist fantastisch also dieser schnelle einfache zucker da kann die wachsen da kann die gas geben so so ist es und deshalb also die empfehlung von ihm keine früchte außer ein paar wie ich eben nannte so und er sagte natürlich insbesondere während der definitionsphase und man kann ich möchte es auch noch mal ein bisschen wirklich auf den punkt bringen natürlich kann man auch in einer low carb ernährung ab und zu mal ein paar kohlenhydrate dann essen ja man spricht dann von loading phasen und wenn ich dann mal bock habe auf eine apfelsine oder auf eine banane und ich nicht gerade in der meisterschaftsvorbereitung bin unter umständen dann ist das ja auch okay aber hier geht es ja drum die leute fressen ja das obst weil sie meinen es ist eben das beste und es ist super gesund für sie ja und überall steht das auch ernährt euch von obst gemüse gemüse auf jeden fall aber obst steht immer dabei und das ist eben ein bisschen differenzierter zu betrachten so ja dann haben wir noch mal rohes rindfleisch tatar das steht deshalb hier noch mal weil also wie gesagt ich hatte das noch mal recherchiert und es ist tatsächlich so dass in dem rohen rindfleisch tatar insbesondere auch dann in dem in hohen und so weiter ich habe also auch einen mann neulich gecoacht der aß mit vorliebe rinderherzen rinderherz und kann man alles essen proteinreich alles okay wer das mag auch weg so ist das halt wenn ich nicht gerade vegetarier bin hat übrigens minister ronda auch einige diverse diäten für vegetarier entwickelt also er war sehr vielseitig aber er hatte natürlich so eine grund tendenz und war eben der meinung also vegetarische ernährung ist gut wenn es den leuten nicht so gut geht wenn sie probleme haben ja mit dem herz organische probleme haben wenn sie heute würde man sagen so burn outs haben und so weiter ja dann kann das sehr gut sein um das system zu klären und er hat ja auch da kommen wir auch gleich hier zu einem punkt noch mal so fasten phasen empfohlen ja so und jetzt kommen wir zu einem interessanten thema das ist ja noch gar nicht so alt dass man drüber gesprochen hat also wirklich dass es breit in den medien dann sichtbar wurde und ich rede hier von zeit gesteuertem essen zeitgesteuertes essen da geht es eigentlich um diese geschichten periodisches essen das heißt also zum beispiel acht stunden essen 16 stunden nichts essen und so weiter ja da gibt es noch andere modelle da gibt es also 20 stunden nichts essen vier stunden essen und so weiter und so fort das hat vince jorunda bereits in den 60er 70er jahren programmiert weil er erkannt hat dass einfach die auch die die eiweißrezeptoren ja die die hormonrezeptoren die also dieses dieses teil fasten dazu führt dass der körper in der lage ist nahrung besser aufzunehmen und besser damit klarkommt als wenn man dauerhaft sich voll ballert ja und jeden tag dann riesen mahlzeiten frisst eine andere geschichte war ja bei ihm dass er gesagt hat okay die normale ernährung dann aber eben sechs kleinere mahlzeiten am tag es ging immer darum dass man nahrung optimal verdaut optimal verwerten kann ja dass man da nicht sich so voll haut dass man erst mal drei stunden auf dem sofa liegen muss ja und nicht mehr und bewusstlos ist sondern dass man wirklich also die nahrung optimal verwertet so und in diesem rahmen gibt es also noch ganz andere geschichten das heißt also da kommen wir nämlich noch mal zum flex zum flexiblen essen entschuldigung flexiblen essen das ist nämlich was ganz anderes flexibles essen ich sagte euch ja dass vince jorunda sehr großes augenmerk auf die leute gelegt hat ganz persönlich individuell und guter coach macht das also wenn ihr an einen coach geratet der der also da ein schubladen programm hat und jeder trainiert das gleiche und überhaupt gar nicht fragt ja was erst jetzt ist so am tag ja wie sind eure lebensumstände was habt ihr organisch was ist los mit euch also wer das nicht fragt dann lasst schon mal die finger davon dann schickt er euch irgendeinen plan den bezahlt ihr teuer meistens noch mit einem abo für irgendwelche supplements und wenn das nicht funktioniert dann redet er euch also kauft ihr doch mal ein paar anabolika habe ich alle schon erlebt nicht nicht selber aber die leute die sich bei mir gemeldet haben in schironda hat das beobachtet hat die menschen beobachtet und hat sie dann in bestimmte kategorien gesteckt und hat gesagt so das ist ein mensch zum beispiel der hat sehr viel energie morgens und das flacht zum abend ab ja so ist es übrigens bei mir im alter eher auch ich trainiere jetzt sehr sehr gerne morgens da habe ich die meiste energie kann mich konzentrieren und hinzu kommt abends habe ich dann auch nicht mehr so eine lust ja da würde ich mich dann eigentlich mehr und mehr dann auch mal um andere dinge kümmern und entspannen und so weiter aber hier geht es um das essen und er hat eben dann festgestellt dass menschen ganz unterschiedlich sind der eine kann viel morgens essen kommt damit super klar ja die hauptmahlzeit ja die wichtigen mahlzeiten eher in der morgenzeit bis mittags ja und abends nicht mehr und bei anderen war es andersrum und das nennt man dieses flexible essen dass man eben erkennt ja welches essen passt für mich für welchen typ und ja da geht es natürlich immer um die optimierung nahrung zu verwerten damit klar zu kommen maximal energie zu haben am tage und da kann ich euch nur raten da gibt es auch keine festen chemata jetzt wie acht mal acht trainieren oder sechs mal sechs oder low carb ernährung solche dinge muss man versuchen selber herauszufinden man weiß ja inzwischen auch und da ist die medizin auch sehr sehr bedacht im moment drauf welche medikamente zu welcher uhrzeit für welches organ am besten eingenommen werden sollten um die beste wirkung zu erzielen denn umso weniger ich von einem medikament benötige ja umso weniger belaste ich dann eben auch die nieren die leber und so weiter die entgiften dann organe und das ist eine wissenschaft für sich ja und mancher arzt hat vielleicht die information und sagt dann die nimmst du morgens sie nimmst du abends aber in der regel dreimal täglich also viele ärzte beschäftigen sich mit diesem thema noch nicht aber die wissenschaft schon und die arzneimittel hersteller schon ja weil das also eine ganz entscheidende geschichte ist und so ist es eben mit dem essen auch bestimmte dinge verstoffwechselt man am besser vielleicht morgens andere abends und so weiter ja also das ist so eine individuelle geschichte und da muss man mal so ein bisschen in sich reinhören wie bei vielen dingen das ist eben wenn man hat leider keinen coach neben sich wie winchironda der einen da beobachtet und sagt so was hast du für einen tagesablauf und wie läuft das bei dir und so weiter der einem dann ein rat gibt man muss das versuchen selber herauszufinden und das kann auch kein online coach schaffen wie auch immer ja geht nicht das geht nur über einen persönlichen kontakt und sehr gute trainer die eben auch rar gesät sind hier in deutschland und auch in anderen ländern die wissen das auch und da geht es immer über das persönliche gespräch ich habe das selbst erlebt ich hatte ja die miss universe auch in der vertrag dieser dümpel die ich jetzt gerade coach selber aber gesundheitscoaching mache und die hat ja ihre bestform damals erreicht bei klaus meilbaum im olympic und dafür ist sie wirklich einmal in der woche oder alle zwei wochen aus holland her gefahren mit dem auto hat diese stunden in kauf genommen um dann diese dinge persönlich mit ihm zu besprechen man hätte das auch am telefon machen können aber der klaus meilbaum wollte halt sehen wie ist die drauf wie dick ist die haut wie entwickelt sie sich wie sieht die aus und so weiter dieses ganze persönliche das kann man eben auch mit fotos nicht herstellen oder mit anderen dingen ja deshalb also solche dinge das flexible essen das muss man dann selber probieren ich weiß ganz genau wenn ich abends und das geht ja den meisten auch so wenn ich abends bestimmte speisen und davon zu viel esse dann schlafe ich die nacht schlecht ja das schon mal käse ist ja denn die nachterholung ist natürlich ganz entscheidend dann auch für muskelaufbau für alle reparaturprozesse im körper und ähnliches also bemühe ich mich jetzt wirklich abends nicht mehr so viel zu essen lieber dann nachmittags ein bisschen mehr und dann zum abend hin weniger oder morgens da früher gab es immer diese regel esse morgens wie ein kaiser mittags wie ein könig und abends wie ein bettler ist auch irgendwie was was dran so ja dann kommen wir mal hier zu den geschichten ja das sind diese speziellen sachen die winzgeron da noch empfohlen hat da sprach ich eben schon von also der eggnatt wer das noch nicht kennt also der typische eggnatt oder die ernährung mit dem eggnatt das sind zwischen 12 und 36 eier am tag wichtig dabei ist und bitte 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 ich sage es immer wieder die eier müssen 15 sekunden gekocht werden ja und wenn ihr die eier 15 sekunden kocht dann eliminiert ihr in erster linie auch salmonellen mögliche salmonellen gefahr der rohen eier und ihr eliminiert auch einen stoff aber tin heißt der der also biotin zerstört im körper also 15 sekunden kochen damit sind die immer noch mixbar und noch nicht hart oder sonst irgendwas ja wirklich nur 15 sekunden und dann wird das ganze in einen shaker gegeben aber entweder in einen amerikanischen shaker der so schlagen kann oder handschaker also nicht in einen mixer der zerstört die struktur des eis das ist der nächste punkt und hinzu kommt natürlich bei dem eggnatt übrigens auch bei den proteinreichen mahlzeiten ich habe noch viele punkte hier noch nicht drauf die winzsche ronda empfohlen hat ja grundsätzlich enzyme ja also ich sage das immer wieder zur verstoff wechselung der proteine benötigt der körper ein optimale eine optimale verdauung und man hat eben damals erkannt wenn man größere proteinmengen zu sich nimmt ja und vor allen dingen auch wirklich also dann in form von fester nahrung ja dann sollte man also dann ein enzym präparat dazu nehmen dass die möglichst gut bedauert wird und der körper es leicht hat die aufzunehmen und gut zu verstoffwechseln und bei dem eggnatt sind diese enzyme auch wichtig denn der eggnatt hat eine ganz große menge von von eingelb auch also das heißt von fett aber es ist eine ernährung ich habe das mit einigen leuten probiert die das machen wollten einigen habe ich abgeraten aber einige haben es durchgezogen und die haben dann wirklich vier wochen den eggnatt genommen mit ein bisschen steg und ein bisschen salat mehr nicht alle drei tage eine kleine mahlzeit spaghetti mit tomatensauce und die ergebnisse waren gigantisch also ist die einzige form der ernährung ja so eine art wirklich kito ernährung wo man dann noch auch wirklich muskeln aufbaut also und fett abbaut es ist etwas was man eigentlich nur mit chemie sonst erreicht und das hat er damals programmiert unter anderem natürlich auch die desiccated liver das war natürlich auch so eine ganz besondere sache bei vince ronda er nannte das seine die größte superfood überhaupt und es ist inzwischen ja auch unser hauptprodukt geworden dass wir verkaufen und wir haben kunden jetzt seit drei jahren die das regelmäßig immer wieder bestellen ich selbst nehme die dinger kein purin enthalten ja kein cholesterin enthalten frei von antibiotika kommt aus argentinien also schockgefroren alles drin so als wenn ihr im prinzip rohe leber erst und die dinger sind merklich die steigern merklich die kraft ja und es gibt ja diesen trick den er auch empfohlen hat gibt es auch ein chat drei zentimeter in drei wochen oberarm war natürlich so ein hype aber da nimmt man dann also alle zwei stunden nimmt man drei leber tabletten übrigens bei uns reicht ein oder zwei weil die damaligen leber tabletten waren viel kleiner als unsere und funktioniert also wenn man diese diese keto ernährung macht und diese leber tabletten dazu nimmt alle zwei stunden dann hält man den den zuckerspiegel konstant den energielevel konstant und kann muskeln aufbauen so ich schaue noch mal ob ich noch was vergessen habe ja so also ich habe hier noch sekundäre pflanzenstoffe stehen da hat er damals wusste man noch so gar nicht richtig was das ist ja heute ist es wirklich im fokus der ernährungswissenschaftler das sind bestimmte stoffe in gemüse obst was auch immer ja also in gewachsenen früchten in gemüse und so weiter und diese sekundären pflanzenstoffe sind für uns menschen unheimlich wichtig habe da auch ein chat drüber gemacht mikrobiome darmgesundheit und so weiter wenn das interessiert ist gigantisch also was man damit machen kann was man da rausgefunden hat durch die form der ernährung die er damals empfohlen hat eben viel rohkost möglichst das roh essen was man roh essen kann ja hat er eigentlich vieles wie gesagt schon vor 50 60 jahren proklamiert was heute wieder hype ist und was heute proklamiert wird und auch wissenschaftlich teilweise dann gelegt wird wie wichtig bestimmte stoffe sind ja wie die sekundären pflanzenstoffe zum beispiel die bestimmte vitamine mineralstoffe umso länger ich natürlich gemüse zubereite koche oder was auch immer ja umso mehr ist da raus aus der ganzen geschichte und deshalb war er schon in der beziehung auch wirklich weit voraus seiner geschichte so ja dann kommen wir noch mal hier zu einigen punkten ich habe euch versprochen ich zeige euch noch mal ein bild vorher das ist der drag curve so ich nehme noch mal ein hieb deswegen ist hier wieder mein wasser mit eis und zitrone aber ich langsam frusseln am mund habe ja hier geht es darum das bild zeigt es nicht ganz ja man führt also die handel nicht nach vorne beim curl ja so ganz typisch sondern man zieht den ellbogen eigentlich nach hinten und führt die langkantel am oberkörper vorbei bis wer das kann wer das schafft bis zum hals und drückt gegen und übrigens dabei nimmt man die hand so hält man die hand so und drückt so gegen und das kann man eben hier nicht sehen also eine ganz bestimmte ausführung und da kann ich euch nur raten wenn ihr solche übungen mal probiert die ihr nicht kennt nehmt ein ganz leichtes gewicht um es einfach zu testen nehmt nicht das gewicht was ihr sowieso gerade eben schafft sondern nehmt wirklich ein leichtes gewicht wenn es erstmal nur die stange ist um euch mit dieser übung mit dieser ausführung vertraut zu machen denn das ist schwerer als man denkt das darf ich euch sagen ich mache übrigens diese übung als antragonist auch übung also als trizept übung am trizept seil zog ja genauso auch in der breit gefassten ausführung und habe dann festgestellt für auch die stange bis zum hals ja drückt sie dann wie gesagt runter am körper vorbei und durch diese breite haltung also überschulter breit fast ja fasse ich die stange dann an also nicht diese enge trizept drücken merke ich dass ich den inneren trizept mehr erreiche ja während ich bei der engen ausführung also überwiegend doch den äußeren trizept der drei köpfe und da gibt es den inneren kopf den mittleren den äußeren kopf und das könnt ihr gerne mal probieren also bei mir brennt das richtig wenn ich diese ausführung wähle so ja dann haben wir hier mal larry scott ich zeige das bild einfach nur mal larry scott ich habe ihn noch kurz kennenlernen können damals da war ich aber noch nicht aus diesem iron guru trip da habe ich noch andere marken vertreten in usa da habe ich ihn auf der olympia sitzen sehen und wirklich ein jahr vor seinem tod leider und ich voll idiot habe mir kein autogramm geben lassen und bin da vorbeigelatscht da saß dann einem kleinen stand und ich weiß netter man ich habe dann später das jahr darauf mit denen mit den leuten gesprochen die sein erbe sozusagen vertreten haben und da gibt es auch bilder und ich finde er war ein ganz außergewöhnlicher athlet ich zeige das mal weil es ging eben damals nicht um nur irgendwie masse drauf überall wo es geht sondern man überlegte ganz genau und das war eben das ding was vinci ronda erreichen wollte der körper sollte beeindruckend aussehen und er versuchte eine eine körperentwicklung hinzubekommen je nach körpertyp ja die auch unterschiedlich waren also steve reeves war ein ganz anderer typ den ich euch vorhin gezeigt habe wie hier der larry scott also larry scott hatte eben keine schmalen hüften von haus aus und auch nicht diese absolute von haus aus diese absolute v form die hatte er zwar aber nicht so wie steve reeves und larry scott war mehr du dann so ein typ da musste so die die muskulatur musste rund sein die musste füllig sein die musste volumen haben und das zeigt eben dieses bild also und das verstand eben vinci ronda ex also ausgezeichnet er konnte die körpertypen da raushöhlen und hat dementsprechend auch arnold schwarzenegger der kaum waden hatte als er nach wenn es kam also den vertrag bekam bei joe wieder und dann könnt ihr euch mal die entwicklung ansehen die der allein mit den waden gemacht hat und da gibt es bilder wo er auch genau diese ausführung macht bis auf die zehn spitzen hochgestiegen ist kommt alles von vinci ronda ja also der mann hat wirklich die leute sich angesehen und hat zu arnold gesagt du bist ein dicker fetter tut hahn und wenn du was gewinnen willst dann musst du mal anfangen auszusehen wie ein bodybuilder da war da natürlich in seinem ego gekränkt ganz klar verstehe ich auch er war ja schon mister universe und da hat er ja auch schon riesen erfolg aber damit hat er ihn natürlich auch angestachelt und der vinci ronda war so ein typ der hat dann da so in den finger in die wunde gelegt gebohrt und so du wirst ja ausschießen dicker klopps ne so und dann hat arnold natürlich die entwicklung gemacht und vinci ronda hat ihm da einiges dann beigebracht und gezeigt wie man muskeln isolieren kann wie man das aussehen verbessern kann das hat ja wirklich dann auch zu einer ganz außergewöhnlichen form geführt und hier sehen wir noch mal den vinci ronda ja so sah halt aus schon so um die 50 rum der trainer der champions der wahre trainer und hier ist so einer von denen die er trainiert hat die ihm das leider nicht so sehr gedankt haben aber nachdem er das der mohamed maccabi und der war also alleine einige jahre bei vinci ronda im gym ja und hat die größten erfolge dort errungen und hat dann die aufmerksamkeit von joe wieder erreicht weil er wirklich in einer bestechenden form war und wie gesagt der pet henry sagte ich ja schon manager im goals im winz gym erzählte mir eben dass er ihn auf 72 eier gesetzt hat von den steroiden runter gesetzt hat natürlich auch nur eine zeit wahrscheinlich aber immerhin und das training und die ernährung von vinci ronda hat den man dann wirklich zur spitzenform dann gebracht und ja da bekam er eben seinen vertrag bei joe wieder und dann war natürlich joe wieder der trainer und ich finde es wie ronda das würde sich ja nicht so gut an so hier sehen wir noch mal einen anderen das ist der steve davis und auch so ein idol meiner zeit da gab es dieses bekannte gibt es diese und gibt es immer noch dieses bekannte vorher und nachher bild und steve reeves war steve davis war ein wirklich ein verfechter der low carb ernährung also bis in absolute extremen also keto ohne ende und erlebt heute noch übrigens ja irgendwie die schlangen typen die überleben uns alle ich muss auch unbedingt abnehmen wenn ich an meine lebenserwartung denke aber ist nicht so einfach jungs nicht so einfach nun denn also auf jeden fall er hat auch ein volumen training trainiert aber kurze trainingseinheiten und eigentlich die ganzen trainingsprinzipien von vinci ronda auch in seinen zu seinen dann gemacht der steve davis und erfolgreiche und ich war dann noch nicht so erfolgreich das zeigt mich hier nochmal im umkleidebereich des goals gyms und foto macht dort der bernd osowski mit dem ich damals dorthin gereist bin unter anderem und war eine super zeit den bernd treffe ich demnächst wieder ich hoffe nächste woche am freitag den 21. in harburg haben wir ein meeting wieder topfit meeting und da kommen viele aus der zeit aus den 70er jahren und freue ich mich schon drauf und ja das ist bernd der macht da das foto und mit der aqua click die ich damals hatte mit irgendwie 21 bildern mehr habe ich von dieser tour nicht kann nämlich heute noch ohrfeigen aber so ist es halt so und hier haben wir den frank 10 ein anderes idol auch meiner zeit und dieser zeit und nach wie vor noch und der mann lebt auch noch und überlebt auch alle hier genauso wie glend eastwood und ähnlich aber frank 10 war natürlich der oberkracher und verkauft seine kurse macht sein ding heute noch ein super sympathischer typ habe mich auch noch nicht gefreut mit ihm sprechen zu dürfen und er hat sich auch an deutschland erinnert und weiter und hat mir dann gesagt ja mensch leider die zeit damals in der ich top war der joe wieder ich war ja auch dort unter vertrag und die ganzen bilder und so weiter und heute verdienen 1000 firmen mit meinen bildern geld und ich kriege da nichts für so ist das leider ärgert sich ein bisschen drüber diese rechte und so weiter der Fotografen, das war damals ja noch nicht so organisiert, noch nicht ganz so organisiert. Es gab ein paar Fotografen, ja, da muss man auch aufpassen, wenn man die Bilder benutzt. Ich hatte neulich gerade mit einem ganz bekannten Fotograf, also nicht mit dem Fotografen, den ich dann kontaktiert habe in den USA, mit so einem Abmahnanwalt zu tun und so, die gucken ja auch, ist die Online-Plattform in Ordnung und die verdienen sich dann ihr Geld, wenn sie irgendeinen Fehler finden und er hat eben der Frank Zinn geklagt, dass er eben diese Rechte an seinen Bildern nicht hatte weltweit und dass er leider dann, ja, seine Form kann, sozusagen seine Bestform kann im Prinzip jeder benutzen. Also hier auf YouTube ist das kein Problem, weil das ist eine Dokumentation, aber wenn ich damit werbe für ein Produkt, dann ist es schon was anderes. So, ja, also war eine tolle Begegnung. Ja, und hier sehen wir nochmal das typische Steak- und Egg-Essen, den Egg-Nut, den habe ich hier beschrieben und mit 36 Eiern, da gibt es einen Chat, wie man den macht, ja, und wie man den trinkt, beziehungsweise wie man ihn kaut, den trinkt man nämlich nicht, sondern den kaut man. Und das, ich habe das auch in dem Chat beschrieben, deshalb ich wiederhole jetzt hier nicht alles, aber das hat wirklich eine Wirkung, als wenn man Anabolika nimmt, ne. Das ist also inzwischen nachgewiesen, da gibt es Studien, früher hat man gesagt, da ist doch gar kein Testosteron drin in den Eiern und so. Also im Ei ist viel mehr drin, da sind alle Wachstumsfaktoren im Prinzip des Huhns enthalten, ja. Und wenn ich das roh esse, beziehungsweise diese 15 Sekunden nur abkoche, dann ist da alles noch drin. Und ich habe neulich einen interessanten Bericht gelesen über Isolusin. Das ist ein Enzym, das ist auch ein körpereigenes Enzym, was wir haben. Und das bei uns übrigens eingesetzt wird vom Körper gegen Bakterien. Und das ist übrigens auch im Ei drin. Und war ganz interessant, dieses Isolusin, das hat bestimmte Eigenschaften und das ist eben im Ei. Also ganz interessant. Also all diese Stoffe, die man gar nicht so auf dem Zettel hat, in natürlichen Lebensmitteln sind enthalten. Und das ist auch ein Proteinshake, ja, an sich ist nie vollkommen. Deshalb hat ja Vince Gironda auch gesagt, wenn ihr euch einen Proteinshake macht, zumindest dann diese 15 Sekunden zwei Eier abkochen, auch wegen dem Eigelb, lasst das Ei klar drin. Dann macht ihr euer Proteinpulver drauf, Schuss Sahne rein. Also er war gegen die Verwendung von Milch, Milchzucker und so weiter. Und dann das Ganze kurz shaken und natürlich ein Eiweiß mit Geschmack kann man nehmen. Und ja, dann ist dieser Shake auf jeden Fall viel, viel, viel wertvoller bei den Inhaltsstoffen, als wenn ich einfach nur so ein, Prinzip ist ja ein Proteinshake auch ein verarbeitetes Lebensmittel, wenn ihr so wollt. Und wir bieten ja auch nur ein, ich biete nur ein einziges Proteinkonzentrat auf meiner Homepage an, weil ich also nicht so ein Freund bin von diesen ganzen Aromen und von diesen ganzen künstlichen Süßstoffen und diesen ganzen Zirkus. Und da kann man also ganz, ganz super das Milk- und Egg-Protein, das Iron-Guru-Milch- und Egg-Protein, da kann man ganz super Shakes mitmachen, das kann man ins Müsli rühren, das ist ein Stunt. Und da kann ich dann einfach einen Shake machen, einen Schuss Melone rein, ein paar Eiswürfel rein, ein bisschen Sahne, bang, umrühren, Wasser, das Ganze quirlen einmal, dann habt ihr einen Shake, genial, schmeckt genial. Ja, mit Beeren, mit natürlichen Früchten, das ist doch tausendmal besser, man macht sich die Mühe nicht, aber man hat es nicht immer zur Hand, weil man das nicht einkauft vielleicht, aber das ist tausendmal besser, wie diese ganze Industrie, diese ganze Industrie misst, ist doch ganz klar. Oder glaubt ihr im Ernst, als ich damals diesen Chat gemacht habe mit den Süßstoffen, da wurde ich so angefeindet, ich nehme das mein Leben lang, ich habe immer noch keinen Krebs und mein Darm ist in Ordnung, Darum geht es doch gar nicht. Also wenn Wissenschaftler entdecken, dass bestimmte Süßungsmittel die Darmbakterien negativ beeinflussen, dann kann das natürlich ganz individuell geschehen, trotzdem ist es doch nicht gut. Beim Rauchen weiß inzwischen jeder Vollidiot, weil es auf jeder Packung draufsteht, dass es irgendwie nicht gesund ist. Ja, so. Und früher hat man immer gesagt, oh mein Opa, der hat auch geraucht, der ist 120 geworden. Klar, da gibt es den einen Opa. Dafür gibt es aber 10.000, die mit Lungenkrebs durch die Gegend gelaufen sind. Und das ist es halt. Also man kann ignorieren bestimmte Dinge, wie mit den Steroiden. Muss man sich doch nicht einbilden, dass es da keine Nebenwirkungen gibt. Also wenn ich dann zumindest mich informiere, welche Nebenwirkungen sind denn möglich und bei welchen Mengen eventuell wird es denn dramatisch. Nee, das interessiert gar nicht. Hauptsache geil aussehen und gestern habe ich 10 Kilo mehr auf der Bank gedrückt. Und nochmal wieder. Und so Schwachkopfe. Also, wenn ich heute überlege, was ich heute weiß, dann hätte ich damals, ich habe also, wir haben damals Wettkämpfe gemacht. Ja, da haben wir sechs Wochen lang so drei Dianabol am Tag genommen. Das sind so 15 Milligramm. Da habe ich schon gedacht, oh, hoffentlich sterbe ich nicht. Medikament. Obwohl man nichts wusste. Aber mir war schon klar, ist irgendwie unnatürlich, ist irgendwie nicht gut. Gut. So, dann hast du ein halbes Jahr Pause gemacht. Ja, vielleicht bis zum nächsten Wettkampf. Gott sei Dank habe ich nur wenige Wettkämpfe gemacht. Aber das ist doch klar, dass das Mist ist und Dreck ist. Und diese ganzen, nö, daran ist er nicht gestorben. Nö. Also, jetzt ist ja wieder einer mit 50 da gestorben. Ich habe den Namen nicht gerade drauf, aber gerade wieder eben. Ein riesen Schrank. Man kann sich das ja gar nicht vorstellen. Was für ein Brocken, ein Schrank. Der sah aus. Also dreimal Herkules. Ja. Ja, dann nibbelt er ab mit 50. Sterben auch andere mit 50. Weiß ich auch. Aber, also in der Regel Menschen, die regelmäßig Sport betreiben, die sich gesund ernähren, die auf ihre Lebensweise achten, haben mit Sicherheit, also eine bessere Ausgangsposition, nicht so krank zu werden, nicht so schnell krank zu werden und vielleicht ein bisschen länger zu leben mit einer besseren Qualität des Lebens, ja, wie andere. Also, das ist doch eine ganz klare Sache. Und, ja, ich will da auch gar nicht weiter darüber reden. Ich rieche das nur manchmal auf, weil diese ganzen verblödeten Kommentare, das muss ich nochmal sagen, da ist ja auch dieser deutsche Bodybuilder jetzt mit 30 gestorben, will gar keinen Namen nennen. Und dann habe ich das, habe ich irgendwie draufgeklickt und dann war so ein Kommentar von so einem Ami, von so einem gelackten YouTuber, da habe ich gedacht, ich breche zusammen. Also, was der da erzählt hat. Ja, also, der ist gestorben mit 30 und er war so ein feiner Kerl. Also, ich kannte ihn ja persönlich nicht, aber ein Freund vom Freund hat mir erzählt und so eine Dinger. Und dann erzählte, ja, man muss sich auch vorstellen, unter welchem Stress diese YouTuber stehen und dann sterben die, dann kriegen die schon mal einen Herzanfall. Und so, da habe ich gesagt, sag mal, Junge, hast du noch irgendwie, merkst du noch was? Also, weißt du überhaupt, was schwere Arbeit ist, körperliche Arbeit, richtiger Stress? Also, da wirklich, also die Verblödung nimmt da so seinen Lauf. Tut mir leid, aber ich musste das einfach mal loswerden. Wenn ich sowas sehe, oh Mann. Also, da hatte er aber auch, seine Frisur war, also vom Friseur, ich weiß nicht, wie viel er dafür ausgegeben hat, wie viel Geld, saß alles perfekt. Und war alles gekettet auf den Punkt und es war eine Studieaufnahme und es war alles top und so weiter. Und dann erzählt er da so einen Stoß, so einen Blödsinn. So ein Vollidiot kennt den noch nicht mal und hält da wirklich seinen Vortrag. Na gut, so, Entschuldigung, nochmals Entschuldigung. So, Fragen beantworte ich gleich. Ich gucke nochmal, was ich hier auf dem Zettel habe. Achso, ja, unseren Muscle & Health Set. Ich habe diesen Health Set entworfen aufgrund der Vorgaben von Vince Gironda. Und ich habe diesen Health Set, da gibt es auch einen Chat drüber, schon mal, als ich wieder zurückkam aus den USA, ja, Ende der 70er Jahre in Deutschland vertrieben. Und dann kamen so die ganzen super, danach kamen die ganzen super modernen Lebensmittel und neuen Proteinprodukte und 99% Protein und der Hype und so weiter. Ich habe mich da auch von dann mitreißen lassen. Aber diese Zusammenstellung dieser natürlichen Inhaltsstoffe, ja, also wir haben hier Hefe, wir haben hier Spirulina, also Algen, wir haben hier Desiccated Liver, wir haben Enzyme und wir haben Alph-Alpha. Und diese Kombination ist wirklich genial. Also das ist, ich nehme das selber schon sehr lange und ich kann das wirklich nur sagen, es ist ja auch ein super Preis und wir haben da schon 20% Ermäßigung. Und wenn ihr eure 10% Member-Rabatt noch abzieht, dann spart ihr da 30% auf einen normalen Preis. Dann habt ihr so einen Monatsvorrat da für um die 50, 60 Euro. Dann machen wir auch noch 20% Aktion. Also da habt ihr aber wirklich eine super Geschichte und es ist eben wirklich etwas Natürliches. Kann man natürlich sagen, klar, nee, das ist ja gepresst und Pulver, aber es ist natürlich wirklich, also es ist die dichteste Form. Ja, wenn ich also Meeresalgen trockne und das dann presse, ja, da sind ja noch nicht mal, da sind ja noch nicht mal Bindemittel drin, dann ist das eben die dichteste Form zur Natur. Ja, und das gleiche gilt eben für Bierhefe, das gleiche gilt also für Desiccated Liver, Schockgefroren, wird sofort eingefroren, ja, wird entfettet und dann tiefgefroren und so weiter. Also Cholesterin, Purine, fast raus, komplett und da hat man also alles noch drin, alle B-Vitamine, B12, sogar Kreatin, alles drin in der Desiccated Liver. Gut, lasse ich es damit gut sein. Wenn es um Ernährung geht, das könnt ihr auf unserer Homepage auch sehen, hier die Ernährungspyramide. Viele Proteine an erster Stelle, Gemüse und Salate an zweiter Stelle, gesunde Öle und Fette, ja, ich nehme ja jeden Morgen, jetzt habe ich mir angewöhnt. Mein Leinöl mag ich lieber wie Omega-3, weil Omega-3 manchmal stoße ich dann auch auf, nach diesem Fischgeschmack. Und außerdem, Leinöl hat einen höheren Anteil, sogar ein Omega-3, wie Fischöl und deshalb, ich finde das super und da gibt es also auch einen Chat drüber, über Leinöl. Packe ich, habe ich gerade einen kleinen Reel gemacht, kann man sich mal ansehen. Nimm ich jeden Morgen einen Kaffee rein mit ein bisschen Zimt und S-Level, super, habe ich mir so angewöhnt. Ja, dann kommen hier die proteinspaltenden Enzyme, die wirklich wichtig sind, wenn ich also gerade auf so einer proteinreichen Ernährung bin, dann Zucker, Süßstoffgetränke weg eigentlich, also eigentlich nur Tee, Zitronenwasser, stilles Wasser, Kaffee und so weiter trinken. Ja, ich ab und zu nämlich mal, ich habe jetzt gerade so ein kleines Getränk gemacht mit so ein bisschen Johannisbeer, selbst hergestellten Johannisbeersirup, also da ist ein bisschen Stevia drin. Und dann so viel und dann so viel Wasser, also kann man mal machen so. Also ansonsten eben dann Wasser und dann natürlich die Supplements, die bei euch passen. Stopft euch nicht voll mit Supplements, also man muss nicht alles nehmen und man muss auch nicht alles glauben, was einem erzählt wird. Also recherchiert. Auch was ich hier erzähle, recherchiert einfach. Es gibt zu jedem Produkt und zu jeder Meinung, gibt es ja eine Gegenmeinung, man kann sich da auch mit verrückt machen. Aber es schadet ja nichts, sich ein bisschen noch mehr zu informieren, wie viel Eiweiß, wie viel Aminosäuren, wie viel Vitamin C, wie viel Vitamin D und 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 so weiter. Ja, gut, so, ja, dann bin ich auch schon bei unserer Member Geschichte. Ja, also wie gesagt, tragt euch ein bei Iron Guru Info und ihr bekommt dauerhaft 10%. Wir haben demnächst vor, sind dabei, ist noch nicht fertig, aber wir machen für die Iron Guru Member eine extra Seite auf unserer Homepage. Da könnt ihr nur mit eurer Member Registrierung dann rein und dort werden wir Trainingsprogramme anbieten zum Runterladen. Wir werden dort ein Forum schaffen zum Austausch. Das finde ich richtig super interessant. Ich habe das jetzt mal verfolgt. Ich habe so eine Iron Guru Geschichte, so eine amerikanische. Das verfolge ich so, da habe ich mich mal eingeschrieben und da stellen die Leute Fragen und dann wird das beantwortet. Dann muss ich nicht alles beantworten. Dann kommen auch mal so Sachen, Meinungen von anderen, die das probiert haben und dann tauschen die sich da aus und wer aus der Rolle fällt, liegt raus. Und ansonsten ist das eine super Geschichte, werden wir machen, wahrscheinlich über eine WhatsApp-App-Geschichte dann. Und da könnt ihr euch dann eintragen. Wie gesagt, könnt ihr euch jederzeit austragen. Schreibt mir einfach weg, Peng. Ich nehme euch sofort oder wir nehmen euch sofort raus. Das ist gar kein Problem. Also wir ballern euch auch nicht voll mit irgendwelchen Werbungen oder ich. Wir weisen dann auf die Schätze hin. Wir weisen auf Aktionen hin. Das war es dann auch schon. So, jetzt gucke ich mir nochmal. Ich begrüße nochmal alle, die ich noch nicht begrüßt habe. Und dann gucke ich mir mal an, was ihr hier noch so geschrieben habt. Woraus wird Crisine gewonnen? Ja, wie gesagt, Crisine ist ein gelber Blütenstoff und daraus wird auch gewonnen. Dann kannst du nochmal genau googeln. Also ich habe jetzt die Pflanze nicht parat, aus der der Stoff dann hergestellt wird. Auf jeden Fall ist das natürlicher Stoff. Wie bekommt man das Skinny Fett los, Mario? Ja, das Skinny Fett. Also, Pett Reduktion. Da kann ich nochmal einen neuen Chat drüber machen. Habe ich auch schon. Der Punkt ist, das kann man so einfach nicht beantworten. So wie du das vielleicht gerne hättest. Indem ich sage, nimm mal das oder das oder mach mal das. Natürlich geht das nur mit einer entsprechenden Ernährung. Und das hängt von so vielen Faktoren ab. Ich habe hier diverse Scherze auf YouTube, auch über Diäten von Vince Gironda, wo ich im Detail auf diese Dinge eingehe. Da rate ich dir, dir das anzuschauen. Es gibt kein Geheimrezept. Und es gibt auch leider nicht das eine, was immer und bei allen funktioniert. Und wer das behauptet und all diese Werbung und jetzt nehmt ihr das. Und dann morgen sind drei Kilo weg und all dieser Blödsinn funktioniert eben nicht. Es geht wirklich nur in der Form, dass ihr versucht herauszufinden durch das richtige Training. Man kann mit einer bestimmten Grundlage des Trainings beginnen zum Beispiel. Ich empfehle immer, die Zeit morgens für moderates Ausdauertraining, also leichtes Ausdauertraining zum Beispiel zu nutzen, direkt nach dem Aufstehen, ohne dass man gegessen und getrunken hat. Rauf auf einen kleinen Ergometer oder so zu Hause und dann erstmal so mit ganz niedriger Pulsfrequenz, so 100, 120, erstmal eine halbe Stunde wach werden. So zum Beispiel, das aktiviert den Stoffwechsel, das reduziert auch nochmal die Kohlenhydrate, die verbleibenden und verbliebenen. Und dann ist der Stoffwechsel schon mal dort, dann ist euer Organismus schon mal in Gange, ja, Metabolismus wird angeschoben. Und dann könnt ihr, müsst ihr eine Diät wählen. Es gibt nur zwei Formen. Es gibt die Kohlenhydratreduzierte Diät mit verschiedenen Formen und es gibt die Kalorienreduzierte Diät. Vinci Ronda hat übrigens auch eine fettarme Ernährung angeboten, ja, also konträr zu den fettreichen Ernährungen für Muskelaufbau. Also eben individuell, ja, wie es passt, wie man es am besten verträgt. In der Regel ist der Konsum von Kohlenhydraten besonders gut bei Menschen, die eher dazu neigen, schlank zu sein oder sehr viel Ausdauertraining machen, die gerne laufen, die gerne Ausdauer machen, ja, die kommen mit Kohlenhydraten recht gut klar. Während die den Muskelaufbau wollen und eher dann doch eine Kohlenhydrat-, eine Low-Carb-Ernährung damit besser fahren. Das Skinny-Fett, du meinst wahrscheinlich diese Schicht, ja, also die Bodybuilder machen das so, gehört hier jetzt eigentlich nicht hin, vom Wettkampf durch Entwässerung auch. Also erstmal muss man natürlich sehen, dass man das Fett grundsätzlich abbaut, so weit wie es geht. Und dann sagt man in der Regel eigentlich, wenn der Fettanteil niedrig ist, und ich rede hier von niedrig, ja, von 5-6 Prozent Fettanteil, und da hat kein Mensch mehr eine Plauze mit 5-6 Prozent, dann ist es die Haut und das Unterhautgewebe. Und dann ist es meist Wasser, der Wasseranteil, ja, der dann noch da ist. Und da gibt es eben bei den Wettkämpfern so bestimmte Methoden der Entwässerung. Manche sind gefährlich, manche nicht so. Und um das loszuwerden, um dann diese Härte nochmal reinzubekommen. Aber wenn ihr so, also ich habe ja auch Bilder gesehen, gibt es so einen Extremtyp, der also da mit 3 Prozent oder 2 Prozent Fett, das ist schon lebensgefährlich, ja, durch die Gegend läuft, weil das Körperfett dient auch der Speicherung von bestimmten fettlöslichen Vitaminen. Und wenn man kein Körperfett mehr hat, dann ist da Sense. Aber um dann also diese ganz extreme, extreme, extreme Definition zu kriegen, da muss man schon der Typ nach sein. Das sage ich. Also, und es ist eben auch Ausdauer erforderlich, das geht nicht von heute auf morgen. Und da nützen auch nicht so die, noch die tollsten Cremes und was weiß ich. Und ja, Fettanteil runterfahren und dann mal gucken, wie man dann aussieht. Und dann sieht man eigentlich, wenn du auf den Fettanteil kommst, wie gesagt, von 5, 6 Prozent, ja, dann ist es eigentlich schon so, dass man sagen kann, okay, also da ist denn kaum noch was zu sehen. Und je nach Typ, nach Körpertyp ist denn da noch ein bisschen Wasser oder die Verteilung der restlichen kleinen Pölsterchen da. So, mehr kann ich dazu nicht sagen. So, dann haben wir hier den Chris Kross. Ich dusche mich immer vor dem Training kalt und starte dann meistens besser. Ab und zu gehe ich vorher ganz kurz so 40, 4 Minuten in die Sauna. Booster brauche ich keinen. Was hältst du davon, Wolfgang? Ja, natürlich. Also ich meine, Chris, ich weiß nicht, ob ihr den alten Kneipp kennt. Der eine oder andere hat das vielleicht schon mal gehört von den alten eher. Der hat ja diese Kneippkuren empfohlen. Und das sind diese kalt und warmen Bäder, Fußbäder oder Duschen. Das bringt natürlich den Stoffwechsel in Gange. Ist doch ganz klar. Ja, und darum geht es ja auch. Also, dass man wach wird, dass der Stoffwechsel angekurbelt wird. Ja, dass man bereit ist für Leistungen und so weiter. Und warum nicht? Also, kaltes Duschen und so weiter. Und abruppeln ist in jedem Fall nicht verkehrt. Vier Minuten in die Sauna bewirkt im Prinzip das Gleiche. Durch Blutung der Peripheren. Ja, da geht es um die peripheren Bereiche. Das heißt also, die äußeren Bereiche. Die Muskulatur ist ja für den Organismus ein sekundäres Organ. Ja, die wichtigen Organe sind ja Herz, Leber, Nieren, Magen und diese Geschichten. Und die Muskulatur gehört zu den sekundären Organen übrigens. Ja, ist ein Organ. Und deshalb, also bevor die anderen Dinge nicht gut in Schuss sind und in Gange gebracht worden sind, tut sich der Körper schwer, da die Muskeln optimal einzustellen. Deshalb sind eben diese Praktiken ja nicht verkehrt. So, dann haben wir hier den Natural Power, Body Power. Schöne Grüße aus Italien. Selbst im Urlaub ziehe ich mir deine Sendung rein. Vielen Dank. Ja, das finde ich schon irre. Also vielen Dank dafür. Und ansonsten habt ihr hier wieder nichts zu fragen. Ja, dann kann ich auch nichts antworten. So einfach ist das. Also, ich wünsche euch dann noch einen schönen Sonntag. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like. Und wer Instagram hat, ich bin jetzt vermehrt auf Instagram. Ich mache dort vermehrt kurze, auch ein bisschen zu Trainingsvideos, kleine Ernährungsvideos, kleine Sachen aus meinem Leben. Gebt mir da auch mal ein Like oder so. Dann freue ich mich. Dann sehe ich, dass es euch interessiert. Und wenn das, ich habe jetzt immerhin schon so, das sind, also wenn ich dann so fünf Minuten so ein Video gemacht habe, dann sind schon mal so 100, 150 Leute drauf. Dann sehe ich, dass es zumindest Interesse hat. Sonst brauche ich den Kram ja nicht machen. Ja, und weil ich eben gefragt wurde. Ich wurde immer gefragt, zeig doch mal mir, wie du trainierst. Und ich werde jetzt auch wieder mehr machen. Denn ich habe, toi, 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 wie macht der Bodybuilder? Toi, 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 toi. Also, ich komme jetzt wieder ganz gut mit meinem Training klar. Und dadurch kann ich mich auch mehr so um solche Sachen wieder kümmern. Und ja, ich habe also vor, ich darf euch sagen, noch vor einiger Zeit, vor zwei Jahren, da war es ganz schön hart, mit Corona und so, überhaupt zu trainieren, auch diese Scherz zu machen, sich zu konzentrieren, war doch schwierig, auch danach. Und hatte dann auch noch eine OP, mein Herzrhythmus-Geschichten. Das ist alles gut verlaufen und jetzt bin ich happy. Und das Training macht richtig Spaß und ich muss nicht bremsen, dass ich nicht zu viel mache. So, in dem Sinne werdet ihr auch jetzt mehr sehen, was Training anbelangt. Ich habe jetzt so ein kleines Video vorbereitet, wie man es schafft, Klimmzüge zu machen. Denn mal ehrlich, die meisten hängen ja wie Säcke da, ich ja auch, wenn ich es nicht trainiert habe. Früher habe ich mal ungelogen. Ich habe mein morgendliches Ritual, könnt ihr glauben oder nicht? Meine Kinder wissen das. Die erinnern sich nämlich mit Schaudern dran, nach dem Aufstehen nackt an meinem Reck gehangen, an der Treppe. Also wir haben ein Haus gehabt, nicht im freizugänglichen Treppenhaus, im eigenen Treppenhaus. Da hatte ich mein Reck hängen und da habe ich mich dann nackt dran gehängt und dann habe ich erstmal Klimmzüge gemacht. Das habe ich gemacht, weil ich so Rückenprobleme hatte und dann war ich so nach einem Dreivierteljahr, war ich dann bei 30 Klimmzügen. Da träume ich natürlich heute von. So, und jetzt versuche ich da wieder rein zu kommen und da gibt es so Techniken und das zeige ich euch demnächst auf Instagram. Okay, euer Wolfgang, schönen Sonntag und vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Und, ja, was soll ich noch sagen? Nix, ne? Dann bis zum nächsten Mal. Ich habe ja eine kleine Sommerpause gemacht. Müsst ihr mir verzeihen, aber es war so warm. So, es war so warm. Und da hatte ich auch keine Lust. Also, bis dann, euer Wolfgang und tschüss. Sagt man in Hamburg.